Hier spricht Lars Amadeus Lander, oberster Befehlshaber der KEKW-Spezialeinheit. Wir haben eine Entdeckung gemacht, die unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen muss. In diesem Buch befinden sich Informationen von unschätzbarem Wert. Da ich Ihnen nicht alles mitteilen kann, werde ich Ihnen die wichtigsten Informationen... Die wichtigsten Informationen zukommen lassen. Der komische Philipp Pitz, der mich da letztens angeheuert hat, hat am 29.01., also morgen, Geburtstag und würde einen Livestream machen. Dadurch, dass der Sack jetzt schon 30 Jahre alt wird, gibt es allerdings ein paar Geschenke für euch. Der Kerlchen hat da ein paar Sachen zum Giveaway herangeholt von diversen Partnern und anderen Zeug. Ihr solltet also unter allen Umständen... Unter allen Umständen morgen um 16 Uhr einschalten. Auf Twitch. Das war's. Lander aus. Ich muss wieder in die Schlacht. Nice.